Das Freibad hier in Hildritzhausen hat eine sehr hohe Bedeutung nach meiner Beobachtung. Es ist eines der ältesten Bäder im Landkreis Böblingen, über 80 Jahre alt. Insofern gehört das Freibad mit seiner typischen Lage hier mitten im Ort einfach zu uns dazu. Also was ich so höre, ist das Besondere am Hausumer Freibad. Die Lage hier, die Überschaubarkeit, das kleine, schnuckelige, gemütliche, heimelige und ich denke schon auch das Wasser hier, das Quellwasser, das wir hier im Freibad ja aus der Trinkwasserversorgung nutzen. Diese große anstehende Sanierung jetzt nach 25 Jahren ist einfach notwendig aufgrund von Verschleiß und veralteter Badewassertechnik. Ganz konkret beschlossen ist lediglich der erste Bauabschnitt. Das Becken wird mit einer neuen Folie ausgekleidet und der Beckenkopf aus Edelstahl hergestellt. Dann wird die Durchströmung verändert. Am Ende haben wir uns für zwei neue 1 und 3 Meter Bretter entschieden. Die werden auch wieder da oben angebracht sein, wo sie jetzt sind. Dann haben wir uns entschieden, um die Attraktivität auch ein Stück weit ganz moderat zu erhöhen, dass wir an der Seite drei Massagedüsen anbringen werden und einen Wasserspeier. Und dann war es ein großer Wunsch auch von Seiten der Jugend, der Kinder, die Rutsche, die Elefantenrutsche zu ersetzen durch eine andere, größere Rutsche. Und auch das haben wir uns angeschaut in anderen Bädern und haben uns für eine kleinere Breitwellenrutsche entschieden. In dem Zusammenhang werden dann auch die Durchschreidebecken ersetzt durch Duschplätze. Und dann wird es aufgrund der Veränderung, der Durchströmung auch notwendig sein, weil wir dann seitlich abgraben werden müssen, dass die Hecken um das Becken herum fallen. Da wissen wir von Anfang an, dass das ein sehr emotionales Thema ist und deshalb lautet der Beschluss, wir versuchen es mal. Wenn wir dann aber, das ist die Zusage auch im Gemeinderat, von den Badegästen in der überwiegenden Zahl zurückgemeldet bekommen, wir möchten gerne eine Abtrennung wieder, sei es Hecke oder auch ein Zaun, dann besteht die Bereitschaft, das wieder herzustellen. Also der Charakter des Bades wird nicht verändert werden. Das war uns auch wichtig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017